Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen zurück auf Solution Live. Wir sitzen immer noch am Sportcoupé. Schere ist oben. Wir krachen direkt wieder rein. Lasst liebe die Kommentare an da. 70% der Leute, die die Videos schauen, haben den Kanal nicht abonniert. Schere hoch oder abonnieren, Saga. Wir fahren rein, hoffentlich in Varios Abfahrt. Würde ich mich sehr sehen. Viel Spaß mit dem Video. Let's hit it. Dass die Karte wieder kommt. Na, ist so respektlos. Megge Liebe für den Prime. Dankeschön. Okay, let's go. Na, aber auf der Karte sehe ich ja kein Licht. So, hier ist links hoch. Ist glaube ich sehr gut. Rüttet sich sehr schnell an. Und bekaut erst die Runde. Reicht ihr hoch? Ein Geschenk, besser witzig. Okay. Okay, gut gefahren. Gut gefahren. Weh. Nee, es ist so geistes. Schutz. Gut. Geht mir das. Gut, Pilz. Wir sind hier nicht schlecht dabei. Nicht schlecht dabei ist gar nichts so verkehrt. Erstmal auf dem Papier. Kann man die Abkürzungen nehmen ohne Pilz? Oh mein Gott. Okay, ich fahre eigentlich ziemlich gut gerade. Wenn wir ehrlich sind. Was? Er ist so weit weg. Er ist so weit weg. Er ist so weit weg. Es muss kein Blitz kommen. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Moin, moin, meine Alte. Mach, Digga. Es ist so. Ey, ich hasse diese Karte. Das ist so geisteskrank, ne? Ja, jetzt kommt sie für den Blauen. Es ist so schlecht. Da war ich eigentlich echt gut gefahren. Also, ja, Timing heute gottlos. Danke. Wenn du auf den zweiten Stern bekommst, weißt du, dass der erste so unfassbar weit weg ist. Mike. Ich habe dich eben gesehen, wie du online gekommen bist. Perpiss dich aus meinem Lobby raus. Ich habe dich in der FLG raus hier, Mike. Also, gibt es einen Perl-Bahn, sage ich. Ja. Sie ist einfach wieder eben online gekommen. Dachte, okay. Wenn der gleich in meine Lobby reinkommt. Bodenlos. Mike, raus hier aus meinem Lobby. Sofort. Was ist das Doppelte? Rot. Pilz. Ey, ey, ey. Was trifft mich da denn wieder? Mensch, Schatten. Natürlich werde ich beklaut. Natürlich. Nicht tröten, mein Bruder Erz. Okay. Nein. Ich habe den Fettfingert. Das wäre der Rote. Oh, nein. Warum schon? Keine Windschatten für dich? Ja, doch. Okay. Gut. Wir gönnen, der Boss. Wie? Ich habe meine Flasio da hinten gefeuert. Ey, ich schwöre, deine Mutter wickern. Die wird gerade. Jetzt wo wir gerade reden, du Bastard. Letzter. Ja, und natürlich erster. Also heute ist wirklich der Worm drin. Der verdammte Worm ist drin. Mike ist raus. Ne, er ist erster geworden. Mike. Ich habe deinen Twitch-Namen. Du kriegst über einen Cross-Bahn. Kannst dir quasi einen neuen Twitch-Account machen. Mein Sch*** pisst sehr weit hier. Ich verstehe es auch nicht, ne? Wir hatten eine Zeit lang wirklich Runden mit Abonnenten. Ich habe die geedit. Bei Mario Kart. Für Private Lobbys. Ich habe sie mit gutem Gewissen geedit. Weil ich dachte, okay, komm. Ein bisschen mit Zapp spielen ist geil. Und dann missbrauchen die meinen Vertrauen so sehr. Es ist so krank. Es ist so krank. Er ist raus, bester Mann, Mike. Liebe. Oder er hat es. Groß. Er fackt mich nicht ab. Aber imagine, er fehlte Rot auf mich. Imagine nur. Wie ich ihn beleidige. Liebe Mike. Guter Mann. Grüß dich, Mike. So. Muss dieses Mok-Tart fertig machen. Das ist eh auch noch Erster, wo der eben, ne? Spielt eine Runde mit, wird sofort Erster. Und ich mokke wieder seit locker 20 Rennen mit dem Kart. Das ist ein Nachtritt. Das ist ein Nachtritt. Nicht gewollt. Kommt ihr langsam mal auf dich zu. Neun Münzen. Pils. Fünfter Platz. Glaube, besser wird sich. Feuer ist schon wieder so weit weg, ne? Nein. Feuer, die Rote. Feuer, die Rote. Eine Firmen Blau. Ich bin da. Acht Münzen. Ist noch mehr als ausreichend. Okay. Eine Firmen Blau. Ich brauche sie. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie. Bitte. Bitte. Windschatten. Liebe. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Oh, eine Firmen Blau. Oh. Oh. Oh, bitte. Nein. So hart. Es ist so hart. Es ist so hart. Einfach. Es ist so hart. Es tut so weh. Ah, meine Hand tut auch so weh. Ach. Die Karte auch nicht einmal gewonnen, oder? Habe ich die Karte auch nicht einmal gewonnen? Ich glaube nicht. Nicht einmal. Immer gemockt hier. Immer mit Moktart. Immer immer so aufgekackt. Ein plötzlicher Gelenkschmerz. Hilfe. Ist das krass. Ist das krass. Ach, der Scheiße. Noch ein Pilz. Äh, noch ein Stern. Okay. Ein bisschen ausreizen. Dann blitzt die nächsten Stern. Wie kann ich Tinte bekommen? Mein letztes Mok-Spiel. Der Erste ist wieder so weit weg. Oh. 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 Du Bastard. Gott. Der Erste ist so krank weit weg, ne? Feuer, Alter. Nein. Nein. Ich musste doch irgendwas tun. Ich hab's gerochen, dass es passieren könnte. Aber was soll ich denn tun? Ich musste doch irgendwie ein Play machen. So. Letzte Runde für das Video. Wir krachen rein. Pilzschlucht ist aber wirklich eine Karte. Wo ich glaube ich auch nicht einmal erster geworden bin. Ich fühle mich eine Karte nicht einmal erster geworden. Es gibt so drei, vier Karten, die ich die ganze Zeit abreiße. Wo ich es schaffe. Diese eine Stelle gleich. Wo man so bouncen muss. Die ist so dreckig. Die hier. Die hier jetzt. Ja. Wie fahr ich die? Ich weiß es nicht. Oh. Besser, Mann. Okay. Besser. Okay. Nee. Lass du leben. Was? Kannst du da... Hä? Was ist hier in der Abkürzung? Gut gefahren. Bin nicht so weit weg, die beiden. Eine von Blauen kommt. In dem ich treffe, wäre so geil krank. Besser wird es heute nicht mehr. Letzte Runde und immer nur los. Ich habe guten Vorsprung. Oh, Bess. Nein. Kein Blitz. Aber wenn jetzt eine Blitz kommt mit Blauen, dann drehe ich durch. Nein. 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 Sag ich. Let's go. Sag ich. Let's get it. Dann rein. Kleine. So. Bewerten. Kommentfort. Ich will nicht vergessen. Liebe. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.